Der Maler Kim Hong-Do Kim Hong-Do war ein berühmter Maler Koreas aus dem Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts. Er war als Künstler beim Zentralen Amt für Malerei des Beudalstaates tätig. Schon von klein auf zeigte er sein ungewöhnliches Talent beim Malen. Kang Myung-Suk, Dozent der Fakultät Geschichtswissenschaften an der Kim Il-Sung Universität, sagt. Kim Hong-Do ist als ein begabter realistischer Maler in der Geschichte bekannt. Seine Werke waren einfach und wahrheitsgetreu, gaben die arbeitenden Leute lebendig wieder und zeigten auch das träge und faule Leben von den feudalen Adels und Gutsbesitzern als Müssiggänger bildhaft. Er begab sich unter den Massen und stellte ihr Leben aus verschiedenen Aspekten lebendig dar, weshalb seine Werke bei den Zuschauern die Sympathie finden. Der Maler zeichnete mit Sympathie für die werktätigen Menschen viele Genre-Malereien über ihr Leben aus mannigfaltigen Sichten. Die typischen Werke sind unter anderem der Ringkampf, die Schmiede, Wohnungsbau und private Schreibschule. Die Werke sind nicht so breit, zeigen aber die Stände, Berufe, Alter, Charakter und Gedanken der Figuren gut. Von den Werken Kim Hong-Do blieben auch meisterhafte Landwirtschaftsmalereien mit kräftigen und schönen Zügen erhalten. Die liebendsten Bergen und Flüssen der Heimat und das Lokalkolorit prägen seine Landwirtschaftsmalereien aus wie die Fähre. Nicht nur in Landschafts- und Genremalereien, sondern in allen Malkunstarten wie Porträt, Holzschnitt und Religionsmalerei hinterließ er viele hervorragende Werke. In die Malkunstgeschichte Koreas ging Kim Hong-Do als der beste Maler des Mittelalters ein und seine erhalten gebliebenen Werke gelten als nationaler Schatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017